Musik Meldung Beide Antriebskerne sind auf null runter, wir treiben ab Schützenkapseln sind kalt, wir müssen das System neu starten Los, finden Sie raus, wo wir sind Sorry für den Schnellstart, Sergeant Sind Sie in Ordnung? Ich bin okay Chief? Alles klar Ma'am, da ist ein Objekt, kommt jetzt in Sicht Cortana? Was genau ist das da eigentlich? Das ist ein anderer Halo Nochmal Das hat mein Vater also gefunden Ich dachte, Halo wäre so eine Art Superwaffe Stimmt, aktiviert richtet dieser Ring Zerstörung in galaktischem Ausmaß an Ich brauche alle Informationen, die es zum Ersten gibt Schematat, Topografie, was auch immer Es ist mir egal, ob ich dazu befugt bin oder nicht Ja, Ma'am Wo ist das Ziel? Das Feindschiff steht oberhalb des Rings, Ma'am Wir fliegen direkt darüber hinweg Perfekt Nachdem, was wir über diesen Ring wissen, ist es noch wichtiger, den Propheten des Bedauerns zu schnappen Warum kam er zur Erde? Warum kam er her? Chief, erstes Platon nehmen Raue Landung, Landezone sichern Sergeant, machen Sie zwei Pelicans bereit und folgen Sie ihnen Au rei, Ma'am Bis ich mitmischen kann, muss ich mich bedeckt halten Außerhalb des Schiffs sind Sie auf sich gestellt Verstanden Über dem Ziel in fünf Nicht den Helm verlieren Gleich rappelt Gleich rappelt Geht's vielleicht noch ein bisschen lauter? Wir müssen diese Geschütze neutralisieren Wir müssen diese Geschütze neutralisieren Mitmischen Mitmischen Undlında Wie können Sie sich mitmischen Weg machen? Und zwar Es wird wichtig Mitmischen themmische Schuss Komm schon Merk Du bist ein Wünschgebirge Herr Staatsbesuch Du bist snart Ich Mach Ich habe Sotline-Fight-Contact. Ich habe Sotline-Fight-Contact. Ich habe Sotline-Fight-Contact. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Autsch! Das tut schweinig weh! Jetzt schmecken wir schön in der Scheiße, Junge. Okay! Halt einfach auf! Oh, du sagst es, Kumpel! Hey! Oh, du sagst es! Oh, du sagst es! Noch ein Phantom. Es nähert sich. Okay, ich geb's zu. Das tut weh. Oh, es ist gar nicht. Bleiben Sie dort, bis der Pelican kommt, Chief. Da kommt unser Taxi! Ich hab jetzt klare Sicht. Da ist ein großes Gebäude mitten im See dieser Insel. Ich hab's auch gesehen. Sieht aus wie ein Tempel. Wäre ich größenwahnsinnig, würde ich mich dort aufhalten. Auf geht's! Wir gehen raus! Ganz hier, blöden Bastarde! Ich hab noch einen entdeckt! Wie eine Postkarte! Lieber Sarge, vermöbeln hier Außerirdische. Schade, dass Sie nicht hier sind. Das hab ich gehört! Knallkopf! Die Allianz hat die Brücke davor unter Kontrolle. Wir versuchen sicher uns auf dieser Seite der Schnuppt festzuhalten. Die Steuergröße zum Abschrauben der Brücke sollten wir unsich. Aufpassen, Team! Da drüben ist Wraith! Ich hab's abgeschossen! Das könnte ich den ganzen Tag machen! Den haben sie mit Blei vollgepumpt! Ich hab's abgeschossen! Dann komm mit Blatt! Das könnt ihr bitte auch mal aufpassen! Den haben sie keine Steuern! Und jetzt zu diesen Riffs. Roger! Panzer sind unterwegs! Schau mal los! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020